Die Chirurgische Ruhmeshalle, Surgical Hall of Fame der Chirurgie-Appetizer-Serie. Hier sehen Sie alle in den bisherigen Chirurgie-Appetizer-Videos vorgestellten Persönlichkeiten, Mediziner, Chirurgen, teilweise Nichtchirurgen, in chronologischer Reihenfolge. Und hierdurch gewinnen Sie einen gewissen Eindruck über die Chirurgie-Appetizer-Serie und die Historie der Chirurgie und der Medizin. Und wenn Sie selber denken, dass Sie hineingehören würden in diese Serie, in diese Ruhmeshalle, dann hinterlassen Sie mir gerne einen Kommentar unten in den Kommentaren. Dann denke ich darüber nach, in der Neuauflage entsprechende Berücksichtigungen vorzunehmen. Eponym Manche Mediziner werden durch Eponyme geehrt. Ein Eponym ist laut Duden eine Gattungsbezeichnung, die auf einen Personennamen zurückgeht. Und da wird im Duden der Zeppelin für Luftschiff genannt. In der Medizin gibt es natürlich hunderte Beispiele dafür, zum Beispiel der Wippel für Pankreaskopfresektion, der Billroth für die nicht-onkologische Zweidrittelresektion des Magens, Nissen und Toupet für die verschiedenen Arten von Funduplicationes, Nissen die 360-Grad-Manschette und Toupet die 72-Grad-Manschette, der Dipitrin für die spezielle Form der Handkontraktur, die nach Dipitrin benannt ist, der Kron, Morbus Kron für die Illiitis Terminalis oder Regionalis und das Kochermanöver für die chirurgische Technik, wie man das Duodenum von Lateralkommen mobilisiert, was man für die wippelsche Operation benötigt, was man aber auch braucht für die Bildung des Duodenalstumpfes im Rahmen der Gastraktomie. Bias, ein ganz wichtiger Begriff, den Sie auch an anderer Stelle bei der Interpretation von Studien vor allen Dingen kennen müssen, den möchte ich Ihnen hier kurz nahe bringen. Denn ich möchte auch kurz hier sagen, dass eine solche Darstellung der Historie der Medizin, wo Persönlichkeiten, die etwas erreicht haben und die dafür gewürdigt werden, dargestellt werden, natürlich klarerweise einer Verzerrung unterliegen muss. Andere Begriffe für Verzerrung, Bias, sind Voreingenommenheit, Neigung, Tendenz, Vorliebe, Vorurteil, Hang oder Ausrichtung. Also es ist ganz wichtig, dass Sie die Subjektivität dieser Darstellung im Hinterkopf behalten. Und ich hatte ja schon angedeutet, ich werde in Zukunft dieses Video in Neuauflagen erweitern. Da werden dann weitere Köpfe gezeigt und gewürdigt werden. Und Sie können mir gerne in die Kommentare entsprechende Anmerkungen schreiben, wo Sie zeigen wollen, wer da noch gewürdigt werden sollte. Der älteste in der chirurgischen Appetizer-Serie vorkommende Charakter ist der heilige Sankt Fiakrius 600-670, der, das wissen wir aus der Leitlinie für die Behandlung der Hämorrhoidenerkrankung, als Schutzheiliger der Hämorrhoidenkranken angesehen wird und Schutzheiliger der Proktologen. Und darüber erfahren Sie etwas im Chirurgie-Appetizer über das Hämorrhoidaleiden, die Nummer 37. Dann haben wir Baron Guillaume Dipitrain kennengelernt, den Namensgeber der sogenannten Dipitrinschen Kontraktur. Hier sind wir schon um ca. 1800. Und der kam im Chirurgie-Appetizer Nummer 29 über die Leberhautzeichen vor. Ephraim McDowell 1771-1830 ist ein amerikanischer Arzt und als Pionier der Chirurgie zu bezeichnen. Er hat 1807 für eine Overektomie die erste Laprotomie und zwar auf dem Küchentisch durchgeführt. Und über diese Geschichte erfahren Sie etwas im Chirurgie-Appetizer zu Mixils, Notes und Robotik. Die Erstbeschreibung des Mediastinal-Emphysems geht auf den Erfinder des Stethoskopes zurück. Das ist René Theophile Hyacinth-Lenek. Ein französischer Arzt, wie gesagt Erfinder des Stethoskopes und auch Erstbeschreiber der Leberzirrhose, die zunächst irrtümlich als bösartige Neubildung eingeschätzt worden war. Gestorben ist Lennek 1826 mit 46 Jahren an Tuberkulose. Und das haben wir schon im Chirurgie-Appetizer Nummer 38 über das Mediastinal-Emphysem und das Pneumomediastinum synonym gehört. Ein Video, was noch nicht so häufig angeschaut worden ist, aber was sicherlich für Ihr Repertoire sehr interessant sein könnte, wenn Sie diese Pathophysiologie, die dort dargestellt ist, verstehen, was sehr eng mit der Historie verknüpft ist. Karl-Johann August Langenbuch hat die erste offene Cholecystektomie im Jahr 1882 durchgeführt und auch die erste Leberresektion in Deutschland. Der war Chefarzt in Berlin, verstarb später an einer Peritonitis bei perforierter Appendizitis. Und der kam also hier im Chirurgie-Appetizer Nummer 34 bei den Leberresektionen vor, hätte aber natürlich auch bei der Cholecystolithiasis, Choleolithiasis im Appetizer Nummer 5 gezeigt werden können, beziehungsweise da ist er sogar auch drin und bei der Appendizitis wäre er auch zu berücksichtigen gewesen, weil er selbst daran gelitten hat. Theodor Billroth, deutscher Chirurg und später Professor für Chirurgie in Zürich und dann in Wien, ist natürlich ein ganz großer Name der Chirurgie. 1890 hat er die Vision, die berühmte Vision vorgetragen, die Therapie des Oesophagus-Karzinoms gehört in die Hand des Chirurgen. Und das war 1890, also noch bevor die erste Oesophagektomie im Jahr 1913 von Franz A. Torek in New York durchgeführt worden ist. Billroth kommt im Chirurgie-Appetizer zum Oesophagus-Karzinom vor. Und die Billroth-Operationen sind natürlich im Appetizer-Video zum gastrodinalen Ulkus abgehandelt. Charles McBurney, der amerikanische Chirurg, der die offene Appendektomie über den Wechselschnitt beschrieben und popularisiert hat, 1894. So alt ist also jetzt schon unsere offene Appendektomie, die inzwischen allerdings weitgehend von der laparoskopischen Appendektomie abgelöst worden ist. Wilhelm Konrad Röntgen, das war natürlich kein Chirurg, aber der Entdecker der Röntgenstrahlen, der X-Rays, ist natürlich für die Chirurgie heute nicht mehr wegzudenken. Wilhelm Konrad Röntgen ist der erste mit einem Nobelpreis ausgezeichnete Wissenschaftler, Nobelpreis für Physik in 1901. Es war der erste Nobelpreis. Und diese Story haben wir schon im Chirurgie-Appetizer Nummer 38 über das Mediastinal-Emphyseum und das Pneumomediastinum gehört. Georg Kelling, deutscher Arzt und Pionier der MIG, 1901 die Erstbeschreibung des Instrumentariums für die sogenannte Zölioskopie, die erste Form der Laparoskopie oder auch Bauchspiegelung. Darüber haben wir im Chirurgie-Appetizer zu MIG, Sills, Notes und Robotik erfahren. Jetzt kommt William Osler, der berühmte Vater der modernen Medizin, wie er oft genannt wird, der uns gesagt hat, wie wir studieren sollen um 1905. Richtig Medizin studieren bedeutet Bücher und Patienten berücksichtigen. Und hier stammt der, von ihm stammt der berühmte Satz, Also studieren ohne Medizin, ohne Bücher, ist wie eine unkartierte Seebefahren. Medizin studieren ohne Patienten ist wie gar nicht segeln. Das haben wir im Chirurgie-Appetizer zum Untergang einer gefangenen Dünndarmschlinge in karzerierten Hernie gehört. Das ist Emil Theodor Kocher, Schweizer Chirurg und Ordinarius für Chirurgie in Bern. Und er ist der erste Chirurg, der mit einem Medizin-Nobelpreis ausgezeichnet wurde, für seine Arbeiten über die Physiologie, Pathologie und Chirurgie der Schilddrüse. Und entsprechend kam er auch im Appetizer über die Chirurgie der Schilddrüse vor, Nummer 12. Aber bekannt als Eponym ist, wie eben schon genannt, Theodor Kocher als Namensgeber für das Kocher-Manöver, die Mobilisation des Duodenums von Lateral kommend, im Rahmen der Gastrektomie oder auch beim Wippel. Ernst Heller, deutscher Chirurg, der 1913 die Kardiomyotomie zur Behandlung der Archalasie erst beschrieben hat. Und entsprechend kommt Ernst Heller, der ein Freund und früherer Schüler Sauerbruchs war, im Chirurgie-Appetizer zur Archalasie in der Nummer 20 vor. Ebenfalls im Jahr 1913 hat Franz John A. Turek, ein deutscher Chirurg, im heutigen Lennox Hill Hospital in New York City, einen entscheidenden Schritt in der Oesophagus-Chirurgie gemacht. Nämlich führte er dort die erste vollständig transthorakale Oesophagektomie durch. Und diese Geschichte erfahren Sie auch im Chirurgie-Appetizer Nummer 22 zum Oesophagus-Karzinom. Zweimal das Jahr 1913, Und aus diesem Grunde wird 1913 auch als das Anus Mirabilis, das bewundernswerte, erstaunliche, außerordentliche Jahr der Oesophagus-Chirurgie genannt. Zumindest schreibt es mein Freund Attila Dubetz so in seinem Artikel hier im Thoracic Cardiovascular Surgery im 2013 publiziert. Prof. Martin Kirschner, Professor für Chirurgie in Königsberg, Tübingen und später Ordinarius für Chirurgie in Heidelberg war es, der 1926 die noch heute gültigen chirurgischen Prinzipien der Therapie der Peritonitis beschrieben hat. Er sprach von Verstopfen der Infektionsquelle, Spülung des Peritoneums und Drainage des Infektionsherdes. So machen wir das noch heute. Infektionsquellen, Fokussanierung und das geht auf Martin Kirschner zurück. Kirschner kam übrigens erst im zweiten Anlauf auf den zweiten Ruf nach Heidelberg. Und seine Bedingung war, dass die Klinik neu gebaut wird im Neuenheimer Feld, wo sie noch heute steht. Und Kirschner hat im Grunde den Grundstein gelegt für den heutigen Ruhm der Heidelberger Universitären Chirurgie. Kirschner wurde hier bei uns auf dem Kanal im Chirurgie-Appetizer Nummer 16 zum akuten Abdomen gewürdigt. Beryl Bernhard Krohn ist Erstbeschreiber der Iliitis Terminalis, die heute Morbus Krohn genannt wird. Und man sagt, es ist nur dem Alphabet geschuldet, dass diese Erkrankung heute Krohn heißt, da die Autoren in dieser ersten Publikation 1932 in alphabetischer Reihenfolge dort gelistet worden sind. Also ansonsten hätte diese Erkrankung auch Morbus Ginsberg heißen können. Das war also die Erstbeschreibung und darüber erfahren Sie etwas im Chirurgie-Appetizer Nummer 28, inzwischen in der zweiten Auflage, zu den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, CED. Louis Virgil Hammann hat 1939 das spontane Mediastinal-Emphysem, was auch Hammann-Syndrom genannt wird, erst beschrieben und darüber erfahren Sie etwas im Chirurgie-Appetizer zum Mediastinal-Emphysem und Pneumomediastinum. Das ist Claude Quineau. Claude Quineau hat die Leber-Segmente erst beschrieben und das war erst 1957. Erst dort hat man diese typische Nummerierung, die gegen den Uhrzeigersinn vorgenommen worden ist, angeblich aufgrund der ebenso erfolgten Nummerierung der Arrondissements in Paris, wo Quineau gelebt und gewirkt hat. Hierüber erfahren wir etwas im Chirurgie-Appetizer Nummer 34 zu den Leber-Resektionen, denn dafür ist ja die Leber-Segment-Anatomie ganz entscheidend. Thomas E. Statzel, amerikanischer Chirurg in Pittsburgh, ist der Pionier der Transplantationschirurgie, der 1963 die erste Lebertransplantation LTX durchführte. Und das Buch, sehr lesenswert, The Puzzle People, ist die Autobiografie von Statzel und über ihn erfahren wir etwas im Chirurgie-Appetizer Nummer 40 über die Transplantationschirurgie, Organspende und Multiorganentnahme. Das ist Gerald Klatzkin. 1965 hat er die Hylären-Cholangiozellulären Karzinome, CCCs, die bis heute nach ihm benannt sind, erst beschrieben und charakterisiert. Gewirkt hat dieser Nichtchirurg, sondern Hepatologe an der Yale University. Sie sehen also, es haben auch einige Nichtchirurgen den Eingang hier in diese Liste in die chirurgische Ruhmeshalle geschafft. Cholangiozelluläre Karzinome sind natürlich wichtig, weil die nach wie vor ein Domäne der Chirurgie und so ein kleines bisschen sogar der Transplantation zunehmend geworden sind. Und darüber erfahren Sie etwas im Video über die Cholangiozellulären Karzinome, dem Appetizer Nummer 36. 1967 die erste erfolgreiche Herztransplantation beim Menschen. 3. Dezember 1967 im Grote-Schur-Hospital in Kapstadt durch Christian Bernhard, Professor für Herzchirurgie dort in Kapstadt. Darüber erfahren Sie etwas im Chirurgie-Appetizer ebenfalls zur Transplantationschirurgie, Organspende und Multiorganentnahme, die Nummer 40. Das ist John J. Van Root, Professor für Innere Medizin an der Uni Leiden, also auch kein Chirurg, und einer der Entdecker des HLA-Systems, der 1967 Eurotransplant gegründet hat. Zunächst war das ja nur eine Organisation, die die Nierentransplantation zu koordinieren hatte und inzwischen werden alle Transplantationen hier im Eurotransplantraum, ach angeschlossene Länder, über Eurotransplant organisiert und die Organe hierüber wie die Transplantationslisten vermittelt. Das ist Gottfried N. Hounsfield, ein englischer Elektrotechniker, der die Computertomographie entwickelt hat und hierfür 1979 zusammen mit dem südafrikanischen Physiker Alan McCormack den Nobelpreis für Medizin erhalten hat. Heute aus der Chirurgie nicht mehr wegzudenken, die Computertomographie und die Story haben Sie vielleicht schon im Chirurgie-Appetizer Nummer 38 über das Mediastinal-Emphysem gehört, dass das Mediastinal-Emphysem lange vor der Erfindung der Computertomographie und sogar vor der Entdeckung der Röntgenstrahlen durch Wilhelm Konrad Röntgen bekannt war. Und es ist ja interessant, dass wir das heute eigentlich nur noch mit der Computertomographie diagnostizieren können, aber das Mediastinal-Emphysem eigentlich ja schon ein viel älter bekanntes Phänomen war, weit vor der Jahrhundertwende. Henri Bismuth, Pionier der Hepatobiliaren Chirurgie in Frankreich, in Villejuve, am Zentrum der Hepatobiliaren Chirurgie. Er hat die hilären CCC-Tumoren, die Jared Klatskin erst beschrieben hatte und charakterisiert hatte, klassifiziert. Noch heute ist gültig die nach ihm benannte Bismuth-Colett-Klassifikation 1975 erst beschrieben. Und hierüber erfahren Sie etwas im Chirurgie-Appetizer über die Chul-Angio-Zellulären Karzinome, CCC. Das ist Ronald J. mit Spitznamen Bill Heald, ein britischer Chirurg, der entscheidend die totale mesorektale Exzision entwickelt und vor allen Dingen propagiert hat. Der ist durch die ganze Welt geflogen und hat überall voroperiert und gezeigt, wie man eine totale mesorektale Exzision beim Rektumkarzinom macht. Präparation in der Holy Plane, der heiligen Schicht, Schonung dadurch präsakraler Nervenplexus, Schonung der Sexualfunktion und der Blasenentleerung und beste Radikalität mit weniger Lokalrezidiven. Hierüber erfahren Sie etwas im Chirurgie-Appetizer über das kolorektale Karzinom, die Nummer 11, inzwischen auch bereits in der Neuauflage Nummer 11-2 verfügbar. Das ist Kurt Sam, ein deutscher Professor für Gynäkologie in Kiel und der hat es aus dem Grunde in die chirurgische Ruhmushalle geschafft, weil er es war, der 1983 im Grunde die Chirurgie, die minimalinvasive Chirurgie eingeführt hat mit der Durchführung der ersten laparoskopischen Appendektomie. Da gab es zwar natürlich schon Vorleistungen, aber das war natürlich ein Meilenstein und initial ist Kurt Sam dafür sehr gescholten worden. Also da hat es starke Kontroversen gegeben. Man hat eben den Diaprojektor abgeschaltet auf dem Kongress und ihn als unchirurgisch und ethisch nicht vertretbar gebrannt mag. Man wollte ihn aus der Gesellschaft für Chirurgie, wo er auch Mitglied war, ausschließen. Naja und inzwischen hat sich die laparoskopische Appendektomie ja weitestgehend durchgesetzt, weil das natürlich gut ist, dass man durch die ganze Bauchhöhle schauen kann und nicht nur den Blinddarm über einen kleinen Wechselschnitt anschauen kann. Hierüber erfahren Sie etwas in zwei Appetisern, nämlich in der Nummer 9 zu MIG, SILS, NOLS und Robotik und in der Nummer 15 über die Appendizitis. Und das ist Erich Mühe, ein deutscher Chirurg und Chefarzt im Kreiskrankenhaus Böbling, der 1985 die erste laparoskopische Cholizystektomie durchgeführt hat. Auch dies ist im Chirurgie-Appetizer über die MIG, SILS, NOLS und Robotik Entwicklung zu hören. Und jetzt kommen wir ein bisschen schon in die Neuzeit. Professor Herfahrt, Ordinarius für Chirurgie in Heidelberg, hat entscheidende Beiträge zur Chirurgie der CED gemacht, zum Beispiel die darmbandnahe Resektion beim Morbus Crohn propagiert. Und im Appetizer zu den chirurgisch entzündlichen Darmerkrankungen Nummer 28 erfahren Sie etwas darüber, dass gerade dieses Prinzip aktuell ein bisschen ins Wanken gerät und neu diskutiert wird. Professor Rotmund, bei ihm habe ich die Chirurgievorlesung gehört und er war Ordinarius für Chirurgie in Marburg an der Lahn bis 2008. Und von ihm habe ich die Leberhautzeichen gelernt. Darüber habe ich ja auch schon ein Video gemacht, die Nummer 29, was Sie vielleicht angeschaut haben. Und auf Rotmund gehen entscheidende Verdienste um die chirurgische Lehre zurück. Er hat Beiträge geleistet zur Patientensicherheit und stark die evidenzbasierte Medizin in Deutschland propagiert und hat auch Verdienste um die endokrine Chirurgie. Ein weiterer meiner chirurgischen Lehrer ist Rüdiger Sievert, Ordinarius für Chirurgie in München und Pionier der Oesophaguschirurgie. Und auf ihn geht die 1998 erstbeschriebene Klassifikation der Adenokarzinome des Oesophagogastralen Übergangs, die AEG-Klassifikation, zurück. Diese Klassifikation in AEG 1, 2 und 3, AEG 2 das echte Kardiakarzinom genau auf dem Level der Kardia, AEG 3 das subkardiale Magenkarzinom und AEG 1 das eigentliche Adenokarzinom des distalen Oesophagus. Eine inzwischen allgemein gebräuchliche Klassifikation, wenngleich die daraus resultierenden chirurgischen Prinzipien, was macht man jetzt beim AEG 2, Oesophagusresektion oder transdiatal erweiterte Gastroektomie, aktuell weiter kontrovers diskutiert werden. Hierüber erfahren Sie etwas im Chirurgie-Appetizer über das Oesophaguskarzinom, die Nummer 22. Dann haben wir hier nochmal Sievert 2001. Adenokarzinom und Plattenepithelkarzinom des Oesophagus sind unterschiedliche Tumorentitäten. Auch darüber erfahren Sie etwas im Chirurgie-Appetizer über das Oesophaguskarzinom. Jetzt kommt Werner Hohlenberger, Ordinarius für Chirurgie in Erlangen bis 2015. Er hat 2009 und in den folgenden Jahren die komplette mesokolische Exzision CME bei der Hemikolektomie propagiert. Und im skandinavischen Raum wird Hohlenberger sogar mit einem Eponym geehrt. Dort wird die Hemikolektomie als Hohlenberger-Prozedur favorisiert. Da sehen Sie, dass da wieder ein bisschen Bias drin ist. Wie jemand einschlägt im skandinavischen Raum, wie gesagt, werden Hohlenberger besondere Ehren zuteil. Aber auch hier ist das akzeptiert, dass er sich um die CME stark verdient gemacht hat. Prof. Inoue, perorale endoskopische Myotomie, Poem bei Achalasie. Er war der Erste, der dieses operative Prinzip im Menschen angewendet hatte, nachdem eine amerikanische Arbeitsgruppe das Prinzip im Schwein untersucht hatte. Aber es muss natürlich immer jemanden geben, der sich dann traut, auch sowas am Menschen zu machen. Und diese Operation hat einen unvergleichlichen Siegeszug bei der Therapie der Archalasie-Erkrankung mitgemacht. Und hierüber erfahren Sie etwas im Appetizer zur Archalasie und den anderen Oesophagus-Mutilitätsstörungen, die Nummer 20. So, To Be Continued, chirurgische Ruhmushalle. Das waren natürlich noch nicht alle, die da wichtig waren. Da sind sicherlich noch viele, viele mehr. Wer fehlt, wer, who is missing, Empfehlungen können Sie gerne in die Kommentare schreiben. Mir sind dann doch noch ein paar eingefallen, die noch nicht dran waren, aber die sicherlich noch genannt werden müssen. Zumindest jetzt hier ganz kurz an dieser Stelle. Da haben wir zum Beispiel Ferdinand Sauerbruch. Professor für Chirurgie in München ab 1918 und in Berlin ab 1928 dann. Einer der einflussreichsten Chirurgen seiner Zeit, leistete auf den meisten Gebieten Bahnbrechendes. Er war aber der Begründer der Thoraxchirurgie 1904 in Breslau, Entwicklung der Unterdruckkammer, die mechanische Armprothese, die Umkippplastik, die erste Herzaneurysma-Resektion. Also auf Sauerbruch gehen große Dinge zurück. Dann haben wir hier Michael Ellis DeBelke, 1908 bis 2008 hat er gelebt, amerikanischer Herzchirurg und Professor für Chirurgie am Baylor College of Medicine in Houston. Er perfektionierte die Herz-Lungen-Maschine und war an der Entwicklung des Kunstherz beteiligt, operierte 1996 den russischen Präsidenten Boris Yeltsin und erlitt 2006 selbst eine Aortendissektion und wurde von seinem Team mit der von ihm beschriebenen Operation gerettet. Und auf ihn geht ja zum Beispiel auch die DeBelke-Klemme zurück. Von ihm stammt die DeBelke-Klassifikation der Aortendissektion und darüber werden Sie in Kürze etwas im Chirurgie-Appetizer über die Aorten-Anerysmata etwas erfahren. Und das ist André Toupet, ein französischer Chirurg, der in Paris wirkte und der diverse OP-Techniken, unter anderem aber die nach ihm heute benannte partielle 270 Grad von Duplicatio entwickelt hat. Und dies ist ein Artikel in Annals of Surgery, wo das Leben und Wirken von André Toupet gewürdigt wird. Und in diesem Artikel ist auch die initiale Kontroverse nachzulesen über die Toupet-Operation und darüber werde ich Ihnen dann in der Neuauflage des Chirurgie-Appetizers zur gastroesophagealen Reflux-Krankheit berichten. Und das ist ein weiterer wichtiger Chirurg und auch wichtiger Chirurg für die Antireflux-Chirurgie, nämlich Rudolf Nissen, 1896 bis 1981. Ein Schüler von Ferdinand Sauerbruch, der 1930 zum Professor für Chirurgie ernannt wurde und dann 1933 während des Nazi-Regimes in die Türkei emigrieren musste. Später dann in die USA emigriert, 1939. Rückkehr nach Europa, nach Basel 1952 und er ist also der Erfinder der 360 Grad von Duplicatio und das war eigentlich die Wiege der Antireflux-Chirurgie. Er hat die Wirkung dieser Operation quasi per Zufall entdeckt im Zusammenhang mit einer Operation, wo er ein Loch in der Speiseröhre abgedeckt hat mit einer Funduplicatio, also er hat den Magen verwendet, um die Speiseröhre herumgelegt, um ein Loch, was er vorher zugenäht hatte, an der Speiseröhre zu überdecken. Und hinterher hat ihm der Patient dann gesagt, dass er dann also auch plötzlich keinen Reflux mehr hatte. Und so ist quasi per Zufall entdeckt worden, dass die Bildung einer solchen Manschette um die Speiseröhre gegen Reflux wirkt. Deshalb ist Rudolf Nissen der Vater der Antireflux-Chirurgie. André Toupé und Rudolf Nissen sind als Personen noch nicht im Chirurgie-Appetizer über die Reflux-Krankheit. Das war ja ganz am Anfang dieser Serie gewürdigt worden. Aber in der Neuauflage, die bald kommen wird, werde ich diese beiden natürlich auch als Persönlichkeiten in dieser Form würdigen. Und dann erzähle ich die beiden Geschichten zu den Funduplicationis und den Hintergründen dann noch einmal ausführlicher. So, das war die Chirurgische Ruhmeshalle. Surgical Hall of Fame, to be continued. Wer fehlt, who is missing? Bitte schreiben Sie Ihre Empfehlungen und Wünsche in die Kommentare. Also auch wenn Sie denken, ja, ich bin's, ich habe auch was beigetragen in meiner Doktorarbeit. Ich müsste da jetzt mal rein. Dann überlege ich mir das, ob ich da entsprechend mal was ergänzen kann. Das war der 42. Chirurgie-Appetizer. 41 plus 1 Videos. Gesamtspielzeit bis hierher 17 Stunden und 12 Minuten. Also wenn Sie nur die relevanten Sachen zu den Krankheitsbildern und so weiter, nicht die Jubiläumsvideos anschauen. Dann 57.615 Aufrufe hat der Kanal bisher. 3.047 Likes. Vielen Dank dafür. Und der Kanal hat 1.916 Abonnenten. Das 42. Video der Chirurgie-Appetizer-Serie stand heute. 42 Videos. Und wenn Ihnen das Video gefallen hat, wie immer bitte liken, abonnieren und nutzen Sie gerne auch die Kommentarfunktion. Bis zum nächsten Mal. Es geht bald weiter mit weiteren Themen, wie zum Beispiel dem Aortenaneurysma, den analen Fisteln und periproktitischen Abszessen und der Oesophagus-Funktionsdiagnostik mit der hochauflösenden Manometrie und der Lebertransplantation. Auf diese Themen können Sie sich schon freuen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.